Mich kotzt meine Arbeit an, ich will was anderes machen. Guten Morgen, ich rede häufig davon wie wichtig es ist die Dinge zu tun die man liebt und viele denken an ihre Arbeit und fühlen sich dann unzufrieden, da eine andere Arbeit reizvoll erscheint und verfallen in Negativität, aber das oft zu Unrecht. Man muss das Thema eigene Arbeit differenziert betrachten. Erstmal gilt, der Mensch von heute wird als chronisch unzufrieden konditioniert, permanent, wir wollen immer mehr und streben unser ganzes Leben nach Dingen die wir nicht haben um sie zu bekommen. Das mag einerseits eventuell durchaus genetisch verankert sein, andererseits wird dieser Zusammenhang auch ständig von der Wirtschaft gepusht, jeder denkt sofort an die technischen Geräte, die trotz nur minimalen Verbesserungen von der Werbung als must have dargestellt werden und somit in unseren Köpfen Wünsche nach etwas initialisieren, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Video zum Thema Minimalismus findet ihr oben in den Infogarten. Aber nicht nur Unternehmen die materielle Produkte verkaufen, bedienen sich dieses Instrumentariums, sondern auch Unternehmen die Ausbildungen verkaufen, Unternehmen die Euch dahingehend beeinflussen, selbstständig zu werden, Euren Traum zu leben. Auch diese Unternehmen profitieren aufgrund von Kursen und Coachings usw. von diesem nimmerendenden Streben des Menschen. Das solltet ihr Euch wirklich bewusst machen. Jeder, selbst ich mit meinem Kanal bediene diesen Wunsch nach immer mehr Information, nach Zufriedenheit oder sagen wir es mal ganz salopp ausgedrückt, nach einem besseren Leben. Das bedeutet diese in fast allen Menschen gährende Unzufriedenheit, das ist normal, dass ihr unzufrieden seid ist der Normalzustand, es entspricht der Norm. Also in erster Linie lasst Euch nicht davon runterziehen, dass ihr unzufrieden seid mit Eurem Job. Diese Unzufriedenheit spürt jeder auf irgendeinem Terrain seines Lebens. Nun wenn man diese Unzufriedenheit spürt, zwangsläufig einfach immer weiter den Wünschen hinterher zu jagen und wenn man sie bekommen hat den nächsten Wünschen dann zu erliegen, das ist nicht die gesündeste Art zu leben. Es gilt vor allem wieder darum die Bewusstheit in Eurem Leben zu steigern und das bedeutet beim heutigen Thema eigener Job erst einmal bevor man sich einer neuen Arbeit zuwendet im Geiste die Alte ernsthaft zu hinterfragen, nicht einfach ich bin unzufrieden gelten lassen. Das sind fast alle Menschen, auch wenn man es einigen nicht anmerkt oder sie sich nicht anmerken lassen. Aber jeder hat oft irgendwo eine Unzufriedenheit. Was konkret mögt ihr an Eure Arbeit nicht? Dass ihr zum Beispiel zu wenig Geld verdient, dann denkt drüber nach. Dann schaut einfach mal mein Video zum Thema Geld verdienen und schaut ob ihr wirklich so viel Geld verdienen wollt und damit diese Unzufriedenheitsmaschinerie immer noch weiter bedient. Ist die Arbeit vielleicht für Euch zu anstrengend und ihr müsst Euch zu oft bücken und schwere Sachen tragen? Manch einer bezahlt in seiner Freizeit Unsummen dafür Personal Trainer zu engagieren, sich in Fitnesscentern zu registrieren oder Online Angebote freizuschalten und nicht nur das, man nutzt sehr viel von seiner Lebenszeit um diese fehlende körperliche Aktivität wieder auszugleichen. In Eurem Job ist das eventuell schon enthalten und das worüber ihr Euch ärgert, das ist das worüber andere sogar dafür bezahlen und ihre Lebenszeit opfern. Macht Euch das mal bewusst. Wir sind so stark konditioniert. Ruft Euch doch einfach mal das Bild vor Augen eines erfolgreichen Börsenmaklers, der sehr viel Geld verdient, eine tolle Wille hat und dafür den ganzen Tag nur am Schreibtisch über Manhattan sitzt und die Maus klickt und dann abends in seinem Traumauto zum Elite Gym fährt und sich dort fit hält. Dieses Bild, das ist doch bei uns total positiv assoziiert, also bei mir nicht, aber bei den meisten. Aber was ist denn real? Was ist das echte Bild unverzerrt von den Medien und unserer Gesellschaft? Das ist ein Mann der eine Tätigkeit ausübt, die rein zum Gelderwerb dient, keine realen Werte schafft. Dadurch diesen Menschen über kurz oder lang diese Sinnlosigkeit offenbart, die im Endeffekt nur mit diesen kurzfristigen Glücksgefühlen des Kaufens von Dingen kompensiert werden können, dafür aber er immer im Laufrad des Geldes weiter strampeln muss. Und das macht er indem er den ganzen Tag eben in seinem Büro sitzt. Und das ist die schlimmste und schlechteste Haltung die wir Menschen unserem Körper antun können. Siehe dazu auch das Video von mir. Zum Sitzen. Er ruiniert also nicht nur seinen Geist, er ruiniert auch seinen Körper. Und um das wieder zu kompensieren geht er abends ins Fitnesscenter um das irgendwie auszugleichen und raubt sich weitere Lebenszeit die er mit seiner Familie verbringen könnte oder an sinnhaften Dingen arbeiten könnte und dazu ist irgendwann ein Burnout vorprogrammiert. Das ist das Leben eines Menschen aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und dieses Leben ist schon ziemlich scheiße und ich kann das sagen aus erster Hand, das war jahrelang mein Leben, aber es gibt so viele unbewusste Menschen die dieses Leben einfach reizvoll finden, einfach weil sie so konditioniert sind, das Gras ist grüner beim Nachbarn. So ein Leben voller Konsum und Pushen der gesellschaftlichen Kreisläufe, das ist der sichere Weg zum Unglücklichsein. Glaubt mir das! Und jetzt schaut mal auf eine Friseurin, die je nach Trinkgeld mit 1000€ nach Hause geht und das Standing dieses Menschen. Ich muss das eigentlich nicht in aller Ausführlichkeit ausführen, ich bin mir sicher jeder von Euch hat da so ein Bild im Kopf. Diese Person kann aber aufgrund des geringen Einkommens nicht diesen nimmer endenden Konsumkreislauf bedienen und sich Glücksgefühle quasi beiläufig erschaufeln, sondern muss sich intensiver mit dem Leben auseinandersetzen und wird zwangsläufig auch eine gesündere Geisteshaltung finden. Sie spricht doch den ganzen Tag mit Menschen und werden Werte ausgetauscht, Gespräche geführt, soziale Interaktion führt zu gemeinsamen Erlebnissen, Hilfestellungen usw. Die Friseurin erbringt zudem einen praktischen und zugegebenermaßen auch subjektiv empfundenen und man weiß am Abend wieviel Menschen sie etwas Gutes getan hat. Sie ist je nach Ausstellung des Salons auch ständig in Bewegung und braucht mit Sicherheit am Abend kein Fitnesscenter. Das sind jetzt nur 2 willkürliche Beispiele mit meiner Interpretation. Darum gehts jetzt in dem Thema nicht. Es geht darum, dass ihr nicht einfach unzufrieden seid, weil ihr einen 9to5 Job habt, weil alle Welt einen 9to5 Job als Sinnbild für eine scheiß Arbeit ansehen. Auch denke ich persönlich ist nicht jeder dafür gemacht selbstständig zu sein. Manche sind mit den Annehmlichkeiten eines Arbeitnehmerdaseins viel besser bedient. Lasst Euch nicht Wünsche in den Kopf pflanzen die ihr gar nicht habt, sondern die einfach trennt sind. Passt da wirklich auf. Wenn ihr Reinigungskraft seid, dann denkt nicht wie die Gesellschaft Eure Arbeit bewertet und wie ihr Eure Standing ist, sondern wie ihr die Arbeit bewertet und versucht zu jedem Aspekt den ihr betrachtet einen positiven als auch einen negativen Aspekt zu finden, sowohl von der Arbeit die ihr ausführt als auch von Eurem Traumjob. Werdet Euch in erster Linie wirklich erstmal Eurer Arbeit bewusst bevor ihr unzufrieden seid und erst dann wenn ihr wirklich aus Eurem Innersten spürt, dass ihr etwas tut was ihr eigentlich nicht tun wollt, dann lasst Euch inspirieren und sucht einen neuen Weg. Aber nicht nur weil es trendy ist sich selbst zu verwirklichen, sein eigenes Unternehmen zu starten und euer berufliches Selbst zu finden oder was auch immer für hohle Phrasen da geschlagen werden. Das sind oft hohle Phrasen weil man dann einfach nur konditioniert wird, nicht in das eigene Selbst und das wirklich sich finden, sondern dann müsst ihr dieses Set kaufen und dann müsst ihr das machen und dann das immer nur dieselbe Scheiße, die ich wirklich bei Facebook, bei Instagram, bei Youtube, die ich auf jedem dieser Selbstverwirklichungskanälen immer wieder sehe. Am Ende dann kauft mein Produkt und ich zeige Euch die 5 Steps to Go to Success und sich selbst finden. Darum gehts erstmal. Sich SELBST FINDEN. Und das ist eine Analyse. Das ist nichts leichtes. Sucht Euch Menschen die ehrlich mit Euch darüber rekapitulieren können. Freunde, ganz normale Menschen die es ehrlich mit Euch meinen. Ich sehe gerade im Online Business da sind jetzt sehr viele Menschen unterwegs die eben dieses Selbstverwirklichen auch tatsächlich realisieren wollen. Wenn ich diese Menschen beobachte und ich unterhalte mich auch teilweise mit den Menschen, dann habe ich sehr oft das Gefühl dass sie eben nicht tun was sie wollen, sie tun was sie tun sollen. Und dann kommt irgendwann der Punkt zum Einen, meistens sind diese Menschen auch nicht erfolgreich weil sie eben nicht das tun mit dem sie im Herzblut dabei sind, sondern sie warten dass der Rubel rollt, weil das ist ja das was die meisten sagen. Und wenn das Kloputzer ist, egal was das ist, seid ehrlich zu Euch und sagt das will ich nicht machen. Und wenn der Beruf kein Standing hat, wenn das ein ganz ganz blöder Beruf ist, scheiß drauf. Das bedeutet wirklich tu was Du liebst und nicht tu was Du liebst in dieser Kategorie was dann an Jobs eingeordnet sind, Reiseblogger, Online-Youtuber, was auch immer was jetzt zur Zeit so ein bisschen durch die Welt geht, was so toll ist, braucht Euch nicht weiter auszuführen. Werdet Euch bewusst dass das Gras beim Nachbarn nicht wirklich grüner ist. Vielleicht ist es grüner, vielleicht auch nicht. Es gibt da keinen generellen Ansatz. Werdet einfach bewusst. Schwimmt nicht auf jeder Welle der Gesellschaft mit. Geht Euren Weg und geht diesen bewusst. Wir sehen uns morgen wieder. Machts Guter Herr Christian. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. funky